So, mehr habe ich ja nicht dabei. Mal schauen. Pfeile raus. Okay, jetzt müssen wir das hoch. Irgendwo war hier doch der...ja, hier. Mal ein bisschen ausleuchten, hier ist es dunkel, kann ein neuer Monster spawnen und wir gehen wieder hoch und probieren mal den Walker. Aber nur einmal. Die goldene Fete muss ich mir nennen. Die macht keinen Fallscharten, glaube ich, oder? Entweder die...doch, das ist die, dass wir keinen Fallscharten bekommen. Das sind alles Half-Steps. Alles Half-Steps. Pass auf. Du hast keine Meteorösie. Der Helm ist, glaube ich, noch von dir. Ne. 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 Nur Pfeile. Oder habe ich irgendwo noch...ja, hier habe ich einen Bogen, aber... Kannst wieder mal nicht rauslegen. Ne. So. Pfeile. Nimm du das. Da. Da. Ah, habe ich nicht gesagt. Abziehen. Brustpanzer ist mein...ja, okay. Wo ist meines? Was? Ich habe doch gesagt, die Dinge nicht anziehen. Oh, jetzt sieht es mir automatisch an. Mehr habe ich nicht. So. Ja, okay. Mach...mach es nicht kaputt. Da ist es schwer. Mehr habe ich wirklich nicht. Da hat die ja schwer. Okay. Leg Bett hin, wenn du eins hast. Das siehst du ja gut neben der Kurzwahl. Ich weiß nicht. Das weiß ich. So. Deine Geduld. Okay. Dann greifen wir mal an. Sie ist ganz anders. Der verliert fast kein Leben. Das hat der andere wieder gemacht. Wieder runtergefahren. Biss mal. Oh, das war... ... ... ... ... Blas mich nicht weg, blöder Wingstapel. Und jetzt? Komm es noch nie mehr. Ja, toll. Sehr gute Belohnung. Da ist schon besser. Kämpf doch! Kämpf! Das ist halt einfach die ganze Zeit in der Truhe. Oh, fast runtergefahren. Okay. Er findet ihn nicht. Oh, shit. Pfff. Walkerswatt. Hehehehe. Ich habe einen Walkerswatt. Ich habe einen Walkerswatt. Scheiße! Pfff. Also mal die Sachen reintun, die wir gerade nicht brauchen. Eine Bombe hast du mitgenommen. Also du nimmst das Schwert. Das Schwert. Die Risse und die Schuhe. Ah, ich habe sie wieder angezogen. Hookshot nehme ich, die kann man dann kombinieren. So, hier, hier. Hier, 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 und da, da. Wasserstab, Eisenschwert. So. Also du nimmst noch den Big. Und da. Ja, mehr habe ich nicht. Okay. Gehen wir nach Haus. Ich hole noch Betten. Also. Noch ein paar mehr, für die, die nachher kommen. Ich spiele. Ja, lassen wir sie. Wir gehen nach Hause. Okay, das war die erste Festung. Ohne, dass wir einen Turm gemacht haben. Also, die ist halt leer geräumt. Der kleine. Wo keine Gegner drin waren. Nur Spawner. Und sonst. Ja. Ja, ging eigentlich relativ gut. Hätte ich nicht erwartet, dass ich nur einmal sterbe. Und eher drei oder vier Mal. Das ist wirklich Top Leistung für uns beiden. Andere, habe ich gesehen, hatten mehr Probleme. Auch mit guter Ausrüstung. Kann man jetzt nicht nachschauen, wie viel Schaden die machen. Aber das ist Violet. Also der Name ist Violet. Oder Rosarot. Und das heißt, das ist irgendwie ein Unico. Das ist ein einzigartiges Schwer. So. Betten. Ganz viele Betten. Ähm. Hier. Ähm. Ich mache mal die Hookshot zusammen. Longshot. Ciao. Genau. Mit einem Hookshot. Oder wie hier. Nein. Longshot. Also wir machen mal eine Beute drin. Als ob es eine Beute drin ist, ein Beute. Ich mache Angst.